So Leute, ich weiß, jeder hat mittlerweile das mit dem FED-Meeting mitbekommen und trotzdem würde ich gerne heute noch einmal ins Detail gehen. Wir werden uns anschauen, was genau gesagt wurde und vor allem, wie das die Kryptomärkte beeinflussen wird, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Wir schauen uns also den großen Zusammenhang an, deshalb, falls ihr in Krypto investiert seid, dann schaut euch auf jeden Fall das Video an. So, als Kryptowährungen noch eine jüngere und kleinere Anlageklasse gewesen sind, waren sie eher isoliert und wurden von der traditionellen Finanzwelt weniger beeinflusst. Das ist jetzt allerdings nicht mehr der Fall. Da immer mehr institutionelle Akteure aus dem traditionellen Finanzsystem über die Jahre in die Kryptomärkte eingetreten sind, hat sich natürlich auch die Korrelation zwischen den Kryptomärkten und den Aktienmärkten verstärkt und deshalb reagieren sie auch stärker auf Handelsereignisse und Nachrichten. Eines der vielleicht bemerkenswertesten Beispiele dafür ist, wie die Kryptomärkte von den Maßnahmen der FED beeinflusst werden. Das Ding an der ganzen Sache ist, dass sich jetzt leider gar nicht mal allzu viele Kryptoinvestoren dessen bewusst sind, dass sie eben auch auf die Geschehnisse auf den traditionellen Märkten achten müssen. Und selbst wenn sie sich dessen bewusst sind, sind sie nicht so ganz sicher, was sie recherchieren sollen und worauf sie achten müssen. Genau deshalb werden wir heute mal einen kleinen Schritt zurückgehen und uns die Makroseite der Dinge betrachten, damit wir alle besser informiert sind und auch bessere Anleger sein können. Konkret werden wir uns anschauen, was die Federal Reserve auf dem gestrigen FOMC-Meeting verkündet hat und wie sich die dort getroffenen Entscheidungen auf die Märkte in den nächsten paar Monaten auswirken werden. Bevor ich allerdings damit anfange, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses oder auch all die anderen auf dem Kanal verpassen werdet. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal mit diesem Chart an, der Bitcoin zusammen mit zwei der beliebtesten US-Aktienindizes zeigt, den S&P 500 und den Nasdaq 100. Wie man sehen kann, haben sie sich jetzt im Grunde genommen seit Anfang des Jahres in die gleiche Richtung entwickelt, wobei Bitcoin natürlich prozentual größere Bewegung zurückgelegt hat. Wenn ihr jemals gehört habt, dass Bitcoin ein höheres Beta hat im Vergleich zum Aktienmarkt, dann war damit dieses Pattern gemeint, dass es in die gleiche Richtung läuft, aber halt eben weiter. Das ist es auch, was Bitcoin zu einem attraktiven Handelsobjekt für bestimmte Institutionen macht. Wenn die glauben zu wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegt, dann können sie eben mit Bitcoin traden, um eine größere Bewegung zu bekommen. Da ihr jetzt die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien sehen könnt, lasst uns einmal untersuchen, wie die Fed sich auf die Märkte auswirkt. Diese vertikalen Linien markieren die Daten der drei FOMC-Meetings in diesem Jahr. Um das nochmal zu verdeutlichen, das FOMC ist der Teil der Federal Reserve, der über die Zinssätze entscheidet und auch andere Offenmarkt-Operationen durchführt, aber Leute, da kommen wir später nochmal zu, da der Schwerpunkt dieser Sitzung natürlich der Leitzins gewesen ist. Im Jahr 2020 wurde diese Rate auf unter 0,1% gesetzt, um natürlich die Märkte und auch die Wirtschaft während des Virus zu stützen. Und wie wir alle wissen, wurden auch gleichzeitig dazu riesige Mengen, also wirklich unvorstellbare Mengen an Dollar gedruckt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das Ding ist jetzt allerdings, jetzt wo die Sachen wieder zur Normalität zurückkehren, erleben die USA eine erhebliche Inflation als Ergebnis dieser Maßnahmen. Und die Inflation ist natürlich der primäre Katalysator, für die Fed die Zinssätze wieder zu erhöhen. Problematisch dabei ist, dass das wieder negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte hat. Und wie bei all den Themen, die ich heute behandeln werde, könnt ihr natürlich auch selber weitere Nachforschungen anstellen, wenn ihr ein tieferes Verständnis erlangen möchtet. Aber kurz gesagt, wenn die Zinsen steigen, geben Verbraucher weniger aus, was die Leistung der Unternehmen beeinträchtigt und dazu führt, dass die Aktienkurse sinken. Das ist jetzt auch der Grund, warum die FOMC-Meetings so viel Aufmerksamkeit von Anlegern und Tradern bekommen. Denn wenn die Fed die Zinsen höher als erwartet anhebt, dann werden einige Anleger in Erwartung niedriger Preise verkaufen. Im Gegensatz dazu gilt natürlich, wenn der Zinssatz nicht so stark wie erwartet angehoben wird, dann werden die Anleger kaufen, weil die Aktien eventuell unterbewertet sein könnten. Eine interessante Beobachtung in diesem Jahr ist, dass die Märkte in den Fällen, in denen die Fed die Zinsen wie erwartet angehoben hat, da haben die Märkte gepumpt. Die allgemeine Begründung dafür ist, dass die Märkte den erwarteten Zinssatz bereits eingepreist haben, bevor der tatsächliche Zinssatz bekannt gegeben wurde. Zum Beispiel vor der gestrigen Sitzung hatte der Vorsitzende der Federal Reserve öffentlich eine Anhebung des Zinssatzes um 0,5 Prozent in Aussicht gestellt. Anhand dieses Charts konnten wir sehen, dass die Märkte vor der Sitzung nach unten getrennt sind, um eben diese Anhebung einzupreisen. Aber unmittelbar nach der Ankündigung, dass sie um 50 Basispunkte angehoben werden und eben nicht höher, da schlossen sie mit der besten Performance seit Mai 2020. So, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was die Fed für die Zukunft geplant hat. Denn bis jetzt war das Jahr 2022 von eher ziemlich großer Unsicherheit geprägt. Zwischen den Sitzungen hat die Fed hin und her geschwankt, ob sie jetzt drastischere Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung brauchen oder ob sie vielleicht ein bisschen ruhiger machen sollten, um die Märkte nicht zu schädigen. Und ein großer Teil dieser Unsicherheit wurde auf der gestrigen Sitzung aufgeräumt, da die Fed einen vorläufigen Plan für den Rest des Jahres vorgestellt hat. Zunächst und vor allem schloss sie eine baldige Anhebung des Zinssatzes um 0,75 Prozent aus. Das hat den Marktteilnehmern nämlich die ganze Zeit Sorgen gemacht, sodass es ja eigentlich schon eine ziemlich gute Sache war, dass diese Befürchtung jetzt endlich beseitigt wurde. Für die nächsten beiden FOMC-Meetings im Juni und Juli sind Anhebungen von 0,5 Prozent im Gespräch. Abgesehen von den Zinssätzen ist eine weitere wichtige Aufgabe der Fed ihre Offenmarkt-Operation. In den letzten Jahren bestanden diese in dem Ankauf von Billionen von Dollar von US-Schatzpapieren und von den durch Agenturen besicherten Hypothekenpapieren. Vereinfacht gesagt bedeutet das jetzt einfach nur, dass sie einen ziemlich großen Kaufdruck in die Märkte gebracht haben. Das Ding ist jetzt allerdings, ab Juni werden sie genau das Gegenteil machen und zwar monatlich 47,5 Milliarden Dollar aus ihrer Binanz abfließen lassen. Dieser Betrag wird im September dann auf 95 Milliarden Dollar pro Monat erhöht und längerfristig hofft die Fed natürlich so ihre Bestände, die momentan einen Gegenwert von 9 Billionen Dollar haben, weiter abzubauen. Es wurden jetzt allerdings keine besonderen Ziele genannt, um wie viel und wie genau das Ganze stattfinden soll. Das war jetzt alles ein bisschen anders als das, was wir normalerweise behandeln. Deshalb lasst uns mal zurück auf Krypto kommen und was das für die Kryptomärkte in den nächsten paar Monaten bedeuten wird. Wie wir hier auf diesem Chart gesehen haben, korreliert Bitcoin ziemlich stark mit den Aktienmärkten und wie wir auch alle wissen, sind die meisten anderen Coins mit Bitcoin korreliert. Eine Ausnahme hiervon ist während der Perioden, die wir Alt-Season nennen. Diese Perioden treten typischerweise auf, wenn Bitcoin einen ziemlich schönen Pump gehabt hat und dann langsam anfängt seitwärts zu bewegen. Das Kapital fließt dann in mittlere und kleinere Alt-Coins, was Pumps auf der ganzen Linie verursacht. Obwohl es natürlich keine Garantien dafür gibt, dass das kommt, gibt es hier Potenzial, dass es wert ist, einfach mal die Augen offen zu halten. Eine große Zahl von Alt-Coins haben bereits mehr als 80% verloren von ihren Höchstständen im letzten Herbst und bei den traditionellen Märkten gab es auch einige signifikante Rückschritte, sogar in den Top-Sektoren wie dem Tech-Sektor. Nun, da wir Unsicherheit über die Entwicklung der nächsten Monate beseitigt haben, wäre es im Grunde genommen gar nicht mal allzu verwunderlich, wenn die traditionellen Märkte sich langsam wieder erholen würden, genauso wie dann auch Bitcoin. Wenn das Ganze hier zu einem Aufschwung und zu einer Konsolidierung der traditionellen Märkte und Bitcoin führen würde, dann hätten die Alt-Coins wieder Zeit, ein bisschen zu glänzen. Es gibt jetzt natürlich noch Argumente, dass Krypto in einem längerfristigen Bärenmarkt ist, wie auch in der Vergangenheit, aber wenn wir uns mal frühere Bärenmärkte anschauen, sehen wir, dass auch da immer wieder kurzfristig Aufwärtstrend gewesen sind und es gab riesige Gelegenheiten, wenn man darauf vorbereitet ist. Und natürlich, falls ihr über alles auf dem Laufenden bleiben wollt, über Alt-Coins und was auf den Märkten passiert, dann seid ihr genau richtig, denn ich werde alles abdecken, was ihr über die Kryptomärkte wissen müsst. Und wir werden ein paar riesige Alt-Coin-Möglichkeiten sehen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Lediglich eine Frage der Zeit und ja, ich werde euch die auf diesem Kanal hier bringen. So, eine weitere Sache, über die ich heute sprechen möchte, ist der Sponsor des heutigen Videos und zwar ein interessantes und aufregendes Projekt namens Transient. Transient ist ein globaler Debt-Marktplatz, der als Vermittler zwischen On-Chain, Off-Chain und Multi-Chain-Transaktionen fungiert. Sie nutzen Smart-Contracts der nächsten Generationen, die ohne Code auskommen und damit jedem die Möglichkeit geben, ihre Dienste zu nutzen und Blockchain und Krypto mit traditioneller Technologie zu kombinieren. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, gibt es für diese Art von Diensten ein ziemlich breites Spektrum an potenziellen Anwendungsfällen, aber heute möchte ich mich auf Transients eigenes, unter der Marke Prediction Pool angebotenes Produkt konzentrieren, das sie Splash nennen. Splash ermöglicht es, jedem Prognose-Pools einzurichten oder ihnen beizutreten zu Themen wie Krypto-Preise, E-Sports und traditionelle Sportarten. Wenn eure Vorhersagen richtig gewesen sind, dann erhaltet ihr einen Teil des Pools, der sich aus den Beiträgen aller Teilnehmer zusammensetzt. Um das klarzustellen, Splash ist jetzt nicht einfach ein weiterer Buchmacher, der versucht, Geld zu verdienen, indem er die Spread für Wetten anpasst. Vielmehr gibt es hier die Möglichkeit, in einen Pool einzusteigen, den jemand anderes eingerichtet hat oder euren eigenen zu erstellen. Wie man hier in der Splash-Deb sehen kann, sind zwei der derzeit verfügbaren Pools einmal für die Vorhersage des Preises von Ape und des Preises von Lux. Bevor ich darauf eingehe, was die Zukunft für Splash bereithält, möchte ich noch einmal einen kurzen Clip zeigen, der zeigt, wie einfach es ist, Vorhersagen in der Debt zu machen. Die E-Sports-Prognose-Pools werden noch in diesem Monat live gehen und werden einige der beliebtesten Spiele wie Dota 2, CSGO und League of Legends unterstützen. Alternativ dazu wird es die Möglichkeit geben, private Pools zu erstellen, in denen man seine Freunde herausfordern kann. Nach der Veröffentlichung der E-Sports-Pools werden dann im Juni auch noch die Pools für die Profisportarten kommen und es gibt bereits einen riesigen Markt für Sportwetten und Vorhersagen, sodass diese Funktion eine ziemlich große Nachfrage nach Splash generieren könnte, wenn sie erst einmal live geht. Der native TSCT-Token spielt natürlich eine entscheidende Rolle im Ökosystem, da er sowohl zur Teilnahme an Tipp-Gemeinschaften als auch für die Erstellung von Pools benötigt wird. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach TSCT steigen wird, wenn die Zahl der Splash-Nutzer wachsen wird. Wenn ihr jetzt noch mehr über Transient und auch über Splash erfahren möchtet oder auch die Produkte selbst ausprobieren wollt, dann gibt es natürlich wie immer alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Im Übrigen werden auch noch mehr Debs von Transient entwickelt, das ist lediglich die erste, die veröffentlicht wurde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Kommentar da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020